In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckereien. Zwischen Mehl und Milch macht mancher Knick eine riesengroße Leckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Ja, das kann man sehen. Oh, hier ein dicken Stubengern nochmal. Nein! Wie groß ist ja ein Stubengern? Zeig mal, wie groß ein Stubengern ist. Oh, so? Oh, oh! So groß ist auch der Pferd. Einmal. Wer weiß denn, was jetzt passiert? Die Größenschleife. So, habt ihr da jeder Kugel, gibst mal das Tablett weiter. Das geht jetzt zwei Kugeln. Oh, das ist immer Kugeln. So, noch eine, noch eine Kugel. Jetzt gibt es jeder noch eine Kugel. Ich fühle mich einfach so lang. Noch mal lang. So, jetzt mal eine ganze Reihe. Dann gehen die Nächsten ein, stechen wieder Plätzchen aus. So, wer Vorsicht, wenn das Blech voll ist. Oh, dann haben wir Kekse, aber ganz hart und ganz schwarze Kugeln. Sollte sie nicht. Nein. Zehn. Zehn. Wer hat Zehn die Kugel gesagt? So. Und du guckst jetzt aus dem Ohr, weil Zehn die Kugel grundsätzlich. die Kugel gleich an der Kugeln bieren. So. Hey. Ichura, das war multiple Pups. Das fass mich wieder auf, wie das Speicher ist. Zwei einmal. Sech THEYEN seine huntedräger wird, wirklich nicht einfach. Zwei einmal. Es kommt sowieso gar nicht an! Das ist sowieso nicht klar! Meiner ist doch sowieso nicht! Meiner ist doch gar nicht klar! Ah! Ich kann mich hier! Ich kann noch keine Hand! Ich kann halt nicht! Aber ich kann es erst mit Ballen! Jetzt kann ich jetzt kurz herausfinden! Ich kann auch mit Ballen! Ich kann jetzt wieder auf die Ebene´s exploited! Ich mache nichts mit Ballen!